Und dann Moinsen zu dieser Lage beim VfB, die wir uns glaube ich alle hätten sparen können. Muss man auch ganz ehrlich sagen, hatte auch nicht so richtig damit gerechnet oder nicht darauf gehofft, dass ich hier nochmal so ein Video mache nach Hoffenheim, also zumindest keins, wo es dann in späterem Zeitpunkt noch dann um die Relegation geht, sondern eher um Klassenerhalt und wie war das Spiel und hier und da. Ja, wir haben ein paar Stichpunkte gemacht hier links neben mir, ist ja auch ganz klar. Fangen wir an noch mit dem Spiel direkt. Du hättest es gewinnen können, ist ganz klar. Also gewinnen müssen, so oder so, weil da wäre es direkt drin geblieben. Wäre die einfache Variante gewesen, jetzt hast du halt nachsitzen, Relegation nochmal zwei Spiele. Aber wie gesagt, Chancen waren da, um das vorweg zu schicken. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, das war der Hauptpart zum Spiel oder mein Hauptfeeling zum Spiel, aus dem Stadion raus, also aus dem Stadiongefühl von mir, während ich im Spiel war. Ja, irgendwann hast du halt eher nur auf die anderen Ergebnisse geschaut, vor allem das Spiel so vor sich hin gehoppelt. Das Spiel hat geil angefangen, geile Choreo wie immer so. Also wirklich geile Choreo, es hieß ja aus der Kurve dann immer nicht, wie es aussieht, sondern erst danach, absolutes Brett gewesen wieder. Da war auch Fettstimmung drin am Anfang, aber auch das so ein bisschen geplätschert. Es war jetzt keine Scheißstimmung so, oder nicht keine Stimmung, ne. Aber es war nicht das, was man sich so ein bisschen erhofft hatte. So dieses Dortmund oder Frankfurt im Pokal oder Köln letzte Saison am letzten Spieltag. Das kam nicht so ganz auf, weil eben auch das Spiel nichts hergegeben hat. Das war so ein erster Halbzeit gegen Leverkusen. So ein, naja, weiß ich jetzt nicht, so nichts Besonderes. So ein Halbes, so nichts Ganzes, muss man ja sagen. Stimmung kam nochmal am Ende auf. Rund ums 1-1, das ist ja auch ganz klar, geht so mal richtig ab. Nochmal die Hoffnung, gepusht, 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 dass dieses 2-1 noch fällt. Muss aber auch da sagen, mein Steilengefühl war, das fällt nicht mehr. So, das war irgendwann eine Reihe bei uns auch irgendwie klar. Das fällt halt irgendwie nicht mehr. So die nächste Flagge kommt, die nicht irgendwie, die kein Abnehmer findet. Die kriegen das hier nicht durch. Ich will die Jungs gar nicht unbedingt Wille absprechen, aber so ein ganzes Gefühl, dass man hier wirklich merkt, wir wollen das Spiel gewinnen, wir müssen hier heute gewinnen, kam bei mir irgendwie doch nicht so ganz auf über das ganze Spiel. Ich habe gesagt, wir hatten genug Chancen. Ich glaube, irgendwie 2,8 X-Goals oder sowas zu irgendwie einem oder 0,8 von Hoffenheim. Hättest du schon gewinnen können, aber das ist ja fast irgendwie jede Woche beim VfB, dass du halt sagen kannst, gewinnen hättest können oder uns spielen können. Dass wir unseren X-Goal-Wert überbieten, ist ja nur in Mainz gewesen gefühlt. Den Rest der Saison eigentlich nicht. Deswegen ist es auch fast normal, Normalität gewesen bei dem Spiel. Aber für mich als Fan im Stadion kam es nicht so ganz rüber, als würde hier groß was gehen. Da hast du eher darauf gehofft oder sich fast gefreut, dass Leipzig gewonnen hat, weil sonst hätte der Schalke nicht sogar noch auf Platz 17 schieben können. Aber so hat das dann eben gereicht für 16. Nach dem Spiel war auch ganz komisch. Diese Ordneraktion, natürlich irgendwie Angst gehabt vor Platzsturm, aber ich weiß nicht, ob die irgendwie an Fußball fremd sind, die Ordner, oder ob sie einfach komplette Panik hatten, was das angeht. Aber es war nicht zu erwarten, dass es einen Platzsturm gibt, weil positiv gab es keinen und für negativ gab es ja auch keinen Grund. Die Kurve hat ja nie gemurrt oder sowas oder gemeckert während dem Spiel. Es gab keinen Grund hier für den Abgestiegen bis auch nicht. So wie 2016, da gab es einen Platzsturm nach dem Abstieg, aber es gab ja keinen Anlass dafür, also ein bisschen übertrieben. Dann zum Glück auch Endo vorbeigegangen, aber ich bin der Kapitän. Meine Mannschaft geht vor meine Kurve. Hoeneß auch, geiles Zeichengesetz, dann haben wir von der Kurve gelaufen, noch ein paar Schritte näher in Richtung Tor, Faust geballt, Daumen hoch. Danke für eure Unterstützung, wir brauchen euch weiterhin. Genau das richtige Zeichen, fand ich sehr, sehr stark. Generell auch die Aussagen rund ums Spiel, oder jetzt in der Woche, jetzt vor der Relegation, finde ich auch wieder mehr als nur angenehm. Also Hoeneß sowieso immer, seitdem er da ist, höre ich ihm sehr gerne zu. Er findet auch oft für mich die richtigen Worte. Heute, auch die Spieler klangen genauso durch, wie ich es eigentlich hören will. Auch von Hoeneß das Zitat, dass es keine Weltuntergangsstimmung ist, dass als er ankam, wie gesagt, wir waren 18er mit 5 Punkten Abstand aufs rettende Ufer auf Platz 15. Natürlich freut sich jetzt keiner, also muss auch keiner schönreden, hat auch keiner schön geredet, dass wir jetzt von Platz 15 doch auf Platz 16 gesprungen sind, weil wir waren ja in der Pole Position für den Spieltag. Aber ganz grundsätzlich hätte es so Platz 16 vor ein paar Wochen noch genommen, als Hoeneß gerade erst angefangen hat quasi. Und deswegen auch keine Weltuntergangsstimmung, aber auch natürlich keine Euphorie oder keine Freude oder irgendwas über Relegation oder kein leicht auf die Schulter nehmen. Also alles, was so aus den Aussagen rauskam, klang für mich doch schon sehr, sehr positiv. Und eben, wenn man es nicht positiv nennen will, die Jungs wirken für mich rein nach den Aussagen, dass sie wissen, um was es geht. Und da finde ich auch, dass ein Hoeneß immer vorangeht. Und da mache ich mir auch bei dem als Teamleiter, als Trainer, ja, doch durchaus die Hoffnung, dass es auch dann stimmt oder habe Vertrauen darin, dass es stimmt, was die so sagen, wie die so wirken. Die Fans haben, glaube ich, einen klaren Kopf und haben den Fokus ganz klar gesetzt auf Relegation. Muss man ja auch sagen, bei uns, so vielleicht schauen ein paar Augsburg-Fans zu, da tut es mir dann vielleicht leid, die Aussage. Aber sehr viele Bundesliga-Fans würden sich ja durchaus freuen, wenn Augsburg tatsächlich endlich mal wirklich da unten bangen müsste. Seit Jahren tippste die in jeder Saison auf 17, 18, 16 oder eben knapp davor, 15, 14. Und hätten wir gewonnen, wäre es tatsächlich durch die Ergebnisse so gewesen, dass wir Augsburg das erste Mal seit Jahrhunderten wieder wirklich in Abstiegsgefahr gebracht hätten, nämlich auf Platz 16 gestellt hätten. Auch das haben wir verbaselt. Also tut mir auch das leid für die, ich sage mal, natürlich auch Spaß gemeint oder ironisch gemeint hier, aber tut mir leid, dass die ganzen Bundesliga-Fans sich das gefreut hätten, dass Augsburg auf 16 gesprungen wäre. Und was man auch sagen muss, der Grund oder Nebengrund, ein 1-1 hätte ja gereicht. Normalerweise hätte halt Bochum nicht gewonnen, so aus gegen Leverkusen. Da muss man auch sagen, Herr Adli, vielen Dank dafür. Also nach acht Minuten, für die ging es ja auch noch um alles. Die müssen jetzt hoffen im Pokalfall, dass Frankfurt da das Ding nicht gewinnt, damit sie wenigstens Europa-League noch weiterhin haben. So ein Spiel Leverkusen, ein Conference-League, haben ja auch in den letzten Wochen richtig reingeschissen und müssen halt auch in Bochum gewinnen, um halt das ganz sicher zu machen. Aber das Glück gehabt, dass dann eben die abgestiegene Hertha, was ja so gesehen noch peinlicher ist für Wolfsburg, bei Wolfsburg gewonnen hat und dadurch Wolfsburg komplett raus ist aus diesem europäischen Wettbewerb, aus den Qualifikationsrunden und wie auch immer. Die hätten einfach in Bochum gewinnen müssen. Dass sie vielleicht unschieben spielen, dachte ich mir vielleicht auch, aber hätte es ja gereicht. Unschieben bei Bochum, Unschieben bei uns, wir wären drin geblieben. Und dann fängt es sich nach acht Minuten, nach acht Minuten, wie gesagt, soll ich nicht davon weggehen, dass wir unseren Job nicht erledigt haben. Wie gesagt, habe ich ja glaube ich vorhin schon klar gemacht. Aber nach acht Minuten fängt der sich eine rote Karte durch eine Tätlichkeit, durch Nachtreten, also wie man da so im Kopf gepolt sein kann, weiß ich auch nicht, wie das funktioniert. Und danach halt Bochum heimstark, das ausgespielt 3-0, auch der Klassiker, drei Ex-VfBler, dürften ja glaube ich drei Ex-VfBler gewesen, das hat dann mit Förster, Asano und Stöger oder das typische VfB-Bild einfach, muss man ja auch ganz ehrlich sagen, muss auch keinen mehr weiter verwundern, dass die getroffen haben, einen Kaminski trifft bei Schalke und sowas. Das war auch alles komplett klar, dass sowas passiert. Und jetzt Relegation, muss man ja auch sagen, wir eben die schlechten Erfahrungen, Union Berlin, wir sind ja so gesehen auch, tut mir leid, aber wir sind so gesehen schuld daran, dass Union diesen Lauf machen durfte. Hätten wir einfach unseren Job erledigt, wären die gar nicht aufgestiegen. Gut, vielleicht nächstes Jahr, auch wieder Quatschaussage, aber so vom Ding her sind wir irgendwo auch schuld an diesem Union Run, an diesem Union Lauf, so wo er gestartet hat. Damals, außer zur Regel, das wurde das Gute, was jetzt weg ist, weil wie gesagt, wir sind damals hochverdient abgestiegen, habe ich auch damals immer gesagt, weil ich glaube, 28 Punkte waren es glaube ich, nur auf 16. Frechheit mit so einer Punktzahl noch die Chance zu haben, in der Liga zu bleiben. Also auch das generelle Relegationssystem, auch so eine Frage für sich, für uns jetzt eben gut, weil es noch so ein rettendes Ufer ist, aber grundsätzlich hinterfragbar, das Thema Relegation, dass man da noch drum kämpfen muss, am Ende dann aber, ist ein anderes Thema. Damals, wie gesagt, 2-2 Heimspielen, 0-0 auswärts, du fliegst mit zwei Unschieden, steigst du ab. Sehr wildes System gewesen, bin sehr, sehr froh, dass diese Auslöserregel weg ist, auch im europäischen Wettbewerb, aber nur meine Meinung. Wir schlechter Erfahrungen, wie gesagt, haben noch ein paar im Verein, mit Numerle zum Beispiel, die gute Erfahrungen gemacht haben, nämlich mit Köln, haben es ja geschafft, gegen Holstein Kiel war es damals, glaube ich, in dieser Corona-Phase noch und ja, kommen wir mal direkt zur Relegation, zu den Infos zur Relegation, die die meisten eh schon wissen wahrscheinlich, aber gehört einfach dazu in so einem Video dann. Wir spielen das Hinspiel direkt schon am Donnerstag, Donnerstag, 1.6.20.45 Uhr in Stuttgart, gab es ja auch viel hin und her, mal stand 2015, mal stand 2030, aber der VfB schreibt uns an der Meldung, 20.45 Uhr, dann wird das wohl auch so stimmen. Erstligist hat das Heimrecht, also bei uns in der Mercedes-Benz Arena und am Montag dann beim HSV, 5.6.20.45 Uhr in Hamburg das Rückspiel, zweitligist hat da das Heimrecht. Die Dauerkarten wurden schon kostenlos einfach verlängert fürs Heimspiel, also auch ohne was zu machen. Bei Frankfurt zum Beispiel musst du ja noch quasi wählen, dass du auch im Pokal im Stadion gehen willst mit der Dauerkarte und dann musst du ja auch gut noch Ticket zahlen, diesmal kostenlos. Auch da natürlich grundsätzlich schöne Geste, ist ja ganz klar, aber auch jetzt nichts, finde ich, in der Hinsicht weltbewegendes, weil war damals 2019 auch schon so und finde ich eigentlich auch einfach nur angemessen, dann nicht auch noch zu sagen, gut, Relegation, noch ein Spiel mehr, dann zahlt die Dauerkarteninhaber auch noch ein Spiel mehr. Das wäre noch frecher in so einer Situation, von dem ja irgendwo zu erwarten, natürlich auch trotzdem ein schönes Zeichen. Und ich nehme das Video hier quasi gerade so Montagnacht-mäßig auf und dann kommt es für euch Dienstag früh. Das heißt, falls die OFC-Ler zugucken, euer Verkauf startet schon, aber ihr wisst dann wahrscheinlich eh schon, ab 10 Uhr Dienstag, also heute ab 10 Uhr OFC, ich glaube 5 Tickets maximal. Ich glaube, da geht auch nur für eine Stunde dann, von 10 bis 11, glaube ich, stand mal in irgendeiner Mail, ob es noch stimmt, weiß ich gar nicht. Und dann eben ab 12 Uhr, dass das wohl alle reingehen, die keine Dauerkarte haben und kein OFC sind, also der gesamte Rest, aber eben Mitglied ist, wird keinen freien Verkauf geben, war bei so einem Spiel aber auch 100% klar, die Karten werden sauschnell weg sein, wieder sehr viele Glücksgeschichten, wer in welchen Warteschlangen Platz bekommt und sowas, wer das zufällige Glück erwischt hat an dem Dienstagmorgen oder Dienstagmittag besser gesagt, nämlich 12 Uhr. 12 Uhr beginnt Mitgliederverkauf, das heißt, ein paar von euch werden das Video noch sehen, bevor der startet, ein paar erst danach, aber wie gesagt, steht da alles beim VfB online, werden die meisten eh schon wissen und Auswärtsspiel, wer nach Hamburg fahren will, am Montag ist am Mittwoch ab 10 Uhr Kartenverkauf, auch wieder Mitgliederverkauf für den Auswärtsvlog in Hamburg, genau. Und darum, das auch noch kurz zu würdigen oder kurz Revue passieren zu lassen, war der auch durchaus, waren wir mit drin, war der HSV mit drin, aber es war ein komplett krankes Fußballwochenende. Dazu noch kurz Eishockey, bin kein Eishockey-Fan, aber war auch geil, das sich da mit reinzuziehen, der Overtime-Sieg im Halbfinal, das WM-Final auch komplett geschaut, war auch sehr, sehr geile Wochenende, also geiles Sportwochenende generell, natürlich, je nachdem, wie man die Ergebnisse sieht und sowas, natürlich bei uns wäre es schöner, wenn wir auch 15 gewesen wären, hätten die ihre WM gewonnen, beim Eishockey wäre noch schöner gewesen, also mal abgesehen von den Ergebnissen da, war es ein krankes Wochenende, also fängt an mit der dritten Liga, wo Wiesbaden schon Platzsturm macht, am Ende doch nur Relegation spielt, weil Osnabrück noch in der 94. und 96. trifft, einen Tag später passiert genau das Gleiche, passiert genau das Gleiche, Sandhausen, Hamburg steht da rum und guckt währenddessen oder feiert schon den Aufstieg, schon falsch durchsagt worden, dass sie da aufgestiegen sind, dann noch 11 Minuten in Regensburg, Heidelin macht das 3-2 noch und steigt auf oder durch das wilde 4-0 war es glaube ich, was sie gemacht haben, in Fürth von Darmstadt, was sie verloren haben noch, der Meister, ist dadurch auch sogar einfach Heidenheim zweitiger Meister, also auch nochmal eine doppelte Krönung durchs Torverhältnis, besser als Darmstadt, also auch ganz kranke Wendungen, alles und Hamburg spielt Relegation, also war ein komplett, komplett, also auch zur Bundesliga dazu, noch natürlich zur Meisterschaft, Abschiedskampf dazu, das war ein krankes Wochenende, es war ein krankes, krankes Sportwochenende, Fußballwochenende, vor allem natürlich für uns Fußballfans, da natürlich auch Glückwunsch und Heidenheim, 100% muss hier raus, ich kann jeden verstehen, bin ja auch mit dabei, dass das vom Austausch her nicht wirklich zuträglich ist für die Bundesliga, dass so Riesenklubs, Hertha, Schalke, mit den Fans, mit der Tradition runtergehen, dann eben so verhältnismäßig kleinere Klubs, wie Darmstadt und Heidenheim aufsteigen, aber wie gesagt, da könnt ihr nichts für, dass Darmstadt geilen Fußball spielt, dass Heidenheim da einfach eine richtig geile Arbeit macht und dadurch sportlich aufsteigt und die anderen beiden einfach zu doof sind und sportlich absteigen oder zu schlecht sind, kann auch keiner was dafür, von dem her ist jetzt kein Front an Darmstadt und Heidenheim, die können nicht dafür, glücklich, dass sie aufgestiegen sind, gerade bei Heidenheim, weil es so ein bisschen näher und noch dran ist hier, das ist krass, also ich, jetzt von der Landesliga hoch, dass die Leute dabei sind, seit Jahrhunderten dabei sind, der Trainer hat es, ich glaube, seit 16 Jahren dabei, auch schon dran geklopft, auf Relegation gespielt und wieder oben dran gewesen, jetzt endlich dann direkt aufgestiegen, als Meister aufgestiegen, also wirklich krass bei Heidenheim und eben Schalke jetzt, äh, Schalke jetzt, perfekt, Schalke ist abgestiegen, das auch nochmal, tut mir sehr leid für Schalke, finde ich schade, aber ihr kommt hoffentlich wieder hoch und Hertha genau dasselbe, aber was ich eigentlich sagen wollte, ist HSV, HSV auf Platz 3, Relegation, letztes Jahr auch schon gehabt, HSV ja eher auch, seit 2018 glaube ich, abgestiegen, warten seit Jahren darauf, immer auf dieses, dieser klassische Meme, das Meme, was daraus geworden ist, dass immer Vierter werden und gerade so am Ende noch, ja, runtergehen und halt eben die Spiele verlieren, das am Ende noch immer wieder choken und jetzt, letztes Jahr Relegation, bei Berlin gewonnen, auswärts zu Hause, 200 verloren, also auch dann aber richtig, richtig dickes Brett, äh, was ich sag mal, ja, Pole Position verkacken angeht, wo wir ja auch durchaus Spezialisten sind, wissen wir ja auch, ähm, und jetzt eben nochmal, Relegation gegen uns, generell muss man sagen, Relegationsstatistik spricht für die Bundesligisten, in unserem Fall mit Union Berlin halt nicht, ne, also ist auch da so ein bisschen gegensätzlich, was die Statistik da angeht, äh, wieder einfach so eine generelle Paarung, wo mehr oder minder alles drin ist, wir werden, wir werden als Bundesligist immer natürlich als Favorit reingehen, das ist klar, aber eine Partie, da ist einfach so viel drin, dass da alles gehen kann, du hast diese Ex-Geschichte mit, äh, äh, Tim Walter, bei uns Trainer gewesen, auch, weiß ich, wie es intern war, aber bestimmt nicht so geil geklärt worden, alles, oder die Entlassung ist so schön gewesen, ein Tag vor Weihnachten, ne, so Geschichten, also der wird vom Ding aus eh schon motiviert sein, plus aber eben auch noch die Geschichte, immer dazu zu haben, wird ein Tim Walter wahrscheinlich auf 180 bringen, in jedem Training, in jeder PK, äh, in jeder Ansprache zu dem Spiel, wo man auch trotzdem sagen muss, um nochmal zum Fußball-Bornein zurückzukommen, du stehst in Sandhausen schon da, und denkst, du bist aufgestiegen, also es wird auf jeden Fall schon in gewisser Weise, denke ich mal, bei den Fans auf jeden Fall auch, aber, wichtig ist natürlich, wie es bei den Spielern aussieht, auf dem Platz dann, oder für das Spiel am Donnerstag und Montag aussieht, das, das wird schon ein bisschen nagen, das werden sie schon ein bisschen abschütteln müssen, mental, gucken, wie sie, wie sie da dann drauf vorbereitet werden, bis Donnerstag, wenn die Motivation wieder hochgegangen werden, bis zum Relegationsspiel, bis zu beiden Relegationsspielen dann, ähm, generell, VfB, HSV, hey, das ist normal, also, ja, normalerweise ist es auch falsch, immer noch ein bisschen im alten Denken, das ist auch jetzt mittlerweile schon 15 Jahre her, diese Zeiten, aber, das ist Zweiter gegen Dritter, das ist Vierter gegen Fünfter von mir aus, das ist nicht Relegation um Erste und Zweite Liga, das ist krass, das ist krass, was da für Vereine aufeinandertreffen, Wagnumann bei uns, Ex-HSV-Spieler jetzt beim VfB, Wohlgemuth ja auch, hatte ja auch gar nicht auf dem Zettel, aber schon natürlich auch, kennt Walter noch aus Zeiten bei Holstein Kiel, also sehr viele Parallelen, sehr viele Connections, so sehr viele Storys in diese Geschichte, auch Tim Walter damals, als der Endo nicht so richtig hat spielen lassen, jetzt ist Endo so absolut der, der Kapitän und alles bei uns, also viele, viele Geschichten rund da herum, mal gucken, ob ich da noch einen kleineren, extra Vorbericht mache, dann Richtung HSV-Spiel, dann zu der Partie eben am Donnerstag, die nächsten Tage dann, und ja, wieder Donnerstag, wird wahrscheinlich gefühlt, wie gesagt, in einer Stunde oder so ausverkauft sein, das Heimspiel, alle in weiß, wieder das gleiche Motto, alle in weiß, und wie gesagt, ich fand die Stimmung gegen Hoffenheim echt überraschend, schwach, sag ich einfach mal, so raus, überraschend, schwach, überraschend, nicht so kräftig, wie es erwartet hätte, wie gesagt, er hat ein anderes Niveau erwartet, aber ich kann mich noch erinnern, damals war ich noch in der Türkammerkurve mit der Dauerkarte, das Spiegel Union, das Heimspiel Union, Relegation war krass, das war richtig krass, also da wird es wirklich scheppern bis zum geht nicht mehr, am Donnerstagabend glaube ich, am Montag logischerweise auch in Hamburg, aber natürlich jetzt erstmal präsenter und wichtiger für uns, unser Heimspiel, da muss ich auch direkt erstmal schon mal klar machen, geht jetzt auch schon wieder ein bisschen Richtung Vorbericht, aber da muss ich auch direkt schon klar machen, wer hier in der Bundesliga bleiben will, wer der erste Gist ist, das Heimspiel ist brutal, brutal wichtig und da wird es am Donnerstagabend scheppern bis zum geht nicht mehr, würde ich sagen, habe ich glaube alles auch abgehakt, was ich hier besprechen wollte, natürlich gerne auch eure Meinungen zu allen hier in den Kommentaren lassen, gerne natürlich wie immer auch kostenlos Like und Abo da lassen, ganz klare Geschichte, es wird heiß, es wird brutal heiß, können mir noch mehr am Kopf und Kragen regen, aber vielleicht mache ich nochmal ein Video zum Vorbericht zum HSV, passt wahrscheinlich dann besser, aber einiges zu besprechen wieder zum VfB gewesen und ich bin krass gespannt, ich bin durchaus zuversichtlich, durchaus zuversichtlich, durch Hoeneß irgendwo auch, durch diese Art, durch die Mannschaft, ich bin eigentlich in einer guten Phase, bis auf das Hertha-Spiel ausgenommen, eigentlich in einer guten Phase, also irgendwie bin ich auch positiver in der Relegation als letztes Mal in der Relegation 2019, schauen wir mal, was wird, ich höre endlich auf, jetzt zu quatschen, bedanke ich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. 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 Vielen Dank.